Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute spielen wir für euch Tempo Kleine Schnecke. Ein Spiel für Spieler von drei bis sieben Jahren und für zwei bis sechs Mitspieler. So, dann wollen wir es mal auspacken. Wir haben es schon mal angetestet. Die Charlotte kennt das auch schon aus dem Kindergarten, da spielt ihr das auch manchmal. Das ist hier das Spielfeld. Ziel des Spiels ist, dass die Schnecken zum Salat kommen. Hier fangen die an bei den Blättern und hier müssen die hin zu den Salatköpfen. Da haben wir hier noch ein bisschen Werbung in der Verpackung und die Spielanleitung. Hier sind die Schnecken schön aus Holz geformt. So, und dann müssen wir jetzt mal aufstellen. Ich bin gleich weiter. So, runterfallen. So. So, aufbauen. So. Gut machst du das. So, ich würde sagen, ich fange an. Nein, ich. Und du? Okay. So, welche Farben hast du? Ähm. Orang. Pink. Okay, dann gehen wir. Immer ein Stück darf man jetzt mit der Schnecke laufen. Ein Feld. Genau. Und noch ein Orang. Gut, Lottie. Ein Feld. So, machen wir noch ein bisschen ordentlicher. So, jetzt bist du dran. Nein, die Mama! Nee, der Papa ist ernst. Ich habe auch pink und orange. Oh, auch dieselben Farben, zum Zufall. Hast du gefudelt? Nein. Ein Traumstart für die Orangen und die andere Schnecke. So, ich habe gelb und grün. Nein. So. So, und jetzt bist du dran. So, und jetzt bist du dran. Ist sie wieder dran? Neues Spiel, neues Glück. Drei, toll, toll. Ui! Grün. Nee, die schaut mich selber vor. Okay. Orang. Ist das nicht rot? War nicht eben grün und rot? Nein, ist rot. Ja, komm. Grün und rot. Und los. Ja, mach orange. Ist jetzt orange gewesen. So. Und rot. Und rot. Dann mach das bitte. Ja, dann mach das bitte. Okay, super. Muss hier da. Hier. Da hin, ne? Okay. Jetzt bin ich dran. Ich bin dran. Grün und gelb. Ey. Und jetzt die Mama dran. Nein, nur der Papa pustet. Nein, nur der Papa pustet. So, was ist das? Rot und pink. Pink. Bup. Und rot. 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 Wiem. Bup. Und rot. Ja, jetzt bist du wieder. Und weiter. Orange und Pink. Oh, hier die beiden. Pink ist Flink. So, zack. Oh, Pink. Und Blau. Blau ist jetzt aus dem Puschen gekommen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich bin der erste Sieger. Ja, ich habe Pink als erstes. Pinki, irgendwas. Und Grün. Jetzt müssen wir die anderen ins Ziel bringen. Nee, dann haben wir erst gewonnen. Wenn alle ins Ziel angekommen. Ja, aber ich bin trotzdem der erste Gewinner. Nein. So, Lotti, weiter. Blau und Rot. Super, also Blau hier. Ja, Lotti, geh mal. Mach mal. Bip, bip, bip. Lotti, hier. Zack. Und wo ist Rot? Rot. Ein Feld. Jawohl, super. Jetzt bin ich dran. Ich mache richtig Bock, das Spiel. Aua. So, Pinki ist ja schon rot. Mein Finger tut ja weh. Bitte schön. Mein Finger tut ja weh. Ja, willst du nicht mehr mit spielen? Doch, komm mit. Konzentrier dich nochmal. So, gelb und grün. Oh, wer wird zweiter? Das ist hier die Frage. Alle Fragen. Oh, orange und grün. Dann, tu den mal hier drauf. Oh, der braucht noch ein Feld. Ne, noch hier. Der hat mich geschafft. Hier. Und der grüne, der kommt hier drauf. Super. So. Ist der Papi wieder dran? Stopp. Rot und grün. Grün. Oh, er macht das Rennen. Das ist jetzt die Frage. Ja, orange oder grün. Jetzt müssen wir nur noch drei reinbringen. Jetzt bin ich schon der zweite Gewinner. Wer ist jetzt dran? Wer ist jetzt dran? Wer ist jetzt dran? Die Charlotte. Die Lotti. So, jetzt müssen wir die hier haben. Oh, zweimal grün. Leider. Darf ich nochmal? Darfst du nochmal? Habt nicht. Zweimal grün. Machen wir weiter. Nein! Noch mal. Zweimal grün wieder. Oh, was ist denn los bei dir? Orange haben wir auch schon. Mach nochmal. Hm. Hm. Gelb. Und blau. Tada. Nee. Lotti. Hier. Jetzt bin ich dran. So. Ach, super. Rot und blau. Jetzt bist du dran. Und? Orange und grün. Oh. Ich will nochmal. Orange und gelb. Super. Gelb. Schnell, schnell, schnell. Gleich haben wir es. Ja, super. Zweimal gelb. Zweimal gelb. Zwei Felder darfst du. Eins. Zwei. 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 Super, Lotti. Oh, wer wird die nächste Schlecke sein, die jetzt hier reinläuft? Oh. Doch, der rote hättest du doch haben. Nee, nee, der war nicht rot. Okay. Blau. Da, da ist ein rot. Stopp. Jetzt ist die Mama dran. Ja, rot und blau. So, und der vierte Gewinner bin auch richtig. So, jetzt müssen wir nur blau haben. Blau, 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 blau ist schlau. Blau ist schlau. Und? Ah. Jetzt bin ich dran. Ah, jetzt bist du dran. Gelb kannst du haben können. Gelb. Ja. Gelb ist der Held. Jetzt müssen wir nur blau haben, okay? Ich bin dran. Nein, ich bin dran. Du bist gleich dran. Ja, blau. Komm, noch einmal blau. Jetzt du, Lotti. Jetzt noch einmal blau. Blau, blau, blau. Blau ist schlau. Ja. Ja, toll. Blau. Super. Oh, alle Schnecken können fressen. So, macht echt Spaß, das Spiel. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch, Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach auf ihn gewinke. Tag.